Boah, ich bin so demotiviert, ich habe keine Lust mehr, diese ganze Action, die ich hier den ganzen Tag machen muss, immer nur arbeiten, arbeiten, meine Motivation, die ist total im Keller. Kennst du das? Kennst du Motivationsprobleme? Kennst du diese Herausforderung? Ich werde dir in der heutigen Folge zeigen, worauf du unbedingt achten musst, wenn du deine Motivation nach oben treiben willst, wenn du motiviert sein willst und deine Aufgaben ganz, ganz anders angehst. Also von daher erstmal schön, dass du hier bist und ich kann dir versprechen, es gibt eine ganze Menge Tipps für dich, weil ich habe das ganze Blättchen hier vollgeschrieben mit allen Tipps, die sinnvoll sind und worauf man achten sollte. Ich könnte dir jetzt einen psychologischen Abriss darüber geben, was Motivation überhaupt bedeutet, warum Motivation wichtig ist und wofür man das im Leben braucht. Fangen wir doch mal ganz simpel an, ohne dass wir die Tipps nicht vergessen. Was ist denn überhaupt Motivation? Was bedeutet denn das Wort? Jetzt habe ich das leider nicht auf meinem Zettel stehen. Ich glaube, es kommt aus dem Lateinischen. Da gab es mal ein Wort, wahrscheinlich heißt das Motivare, unterstützen, bewegen oder sowas. Es gibt ja auch Motion, da geht es um Bewegung. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Wortherkunft. Aber für mich relevant, ich habe es mir extra mal aufgeschrieben, ist, Motivation ist der Antrieb, der Antrieb, der dich ins Tun bringt, deine Ziele erreichen lässt und so weiter. Ich habe hier als Definition, Motivation ist der Antrieb eines Menschen, etwas Bestimmtes zu tun und in welcher Intensität und Ausdauer. Ganz wichtiger Punkt, weil ich kann ja etwas unterschiedlich intensiv tun und das spielt beim Thema Motivation schon eine ganz große Rolle, weil die Intensität der jeweiligen Leute geht denen ja teilweise total ab. Es gibt aber auch eine einfachere Definition, die einfach heißt, was treibt dich an, dein Ziel, deine Träume, deine Ziele zu erreichen. Und das ist schon einer der eigentlich wichtigsten Punkte, wenn es um das Thema Motivation geht. Es gibt so einen Satz, der heißt, Motivation ist meistens nicht das Problem, das Problem ist meistens das Warum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die meisten Menschen, die meisten Menschen streben irgendwelchen Dingen hinterher, die sie eigentlich im Leben überhaupt gar nicht haben wollen, die sie nicht erreichen wollen, die sie im tiefsten Inneren gar nicht begehren. Und dann kriegst du logischerweise ein Motivationsproblem. Meistens ist nicht die Motivation das Problem, sondern das, nach dem du strebst. Weil viele Leute entweder einem Ziel von anderen Leuten hinterher streben, nämlich einem fremdbestimmten Ziel. Ich würde meinem Kameramann jetzt sagen, hör mal, ey, du bist so ein geiler Koch, du machst so geiles Essen, mach doch mal unbedingt ein Restaurant auf. Und der würde die ganze Zeit kochen und kochen und kochen, wäre total kaputt, weil er denken würde, ja, aber der Felix hat ja recht, ich kann ja gut kochen, dann muss ich das vielleicht machen. Aber eigentlich ist es vielleicht gar nicht sein intrinsisches Ziel. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man unbedingt berücksichtigen sollte, darüber nachzudenken, was willst du wirklich? Was ist das, was du wirklich vom Leben, von deiner Beziehung, von dem, was du im Leben tust oder von was auch immer, was willst du wirklich? Und dann wirst du ganz häufig merken, dass das, was du wirklich willst, von dem abweicht, dem du gerade nachstrebst. Und dementsprechend kommst du manchmal in Motivationsprobleme. Wir haben eben mit dem Team darüber gesprochen und dann sagte der Max zu mir, ja, das ist so, wenn ich früher meinen Job hatte, da musstest du mich mit dem Bagger aus dem Bett holen. Das trifft es aber eigentlich genau, weil genau dieses mit dem Bagger aus dem Bett holen trifft auf viele Leute zu. Das ist so, ich habe so Montag, boah, nee, jetzt ist erst mal Montag, erst mal Käffchen und Zigarettchen und ich muss erst mal in die Woche reinkommen. Klar, wenn ich Montag, bei mir ist Sonntag, morgen ist Montag, morgen ist Montag, yeah, 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 yeah. Ja, weiter geht's, ne? Also, dass man darauf achtet. Bei der Motivation ist ein anderer Blickwinkel extrem wichtig. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, gib mir mal irgendwie so Tipps, wie ich gerade schnell motiviert sein kann. Ja, das ist toll, aber der erste Teil, den ich gerade zu dir gesagt habe, sein eigenes Warum zu suchen, warum bist du hier, warum willst du Dinge tun, ist viel, viel wichtiger. Der zweite Blickwinkel, der extrem sinnvoll und wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen extrinsicher und intrinsicher Motivation. Also, extrinsicher Motivation heißt, du bekommst Antrieb von außen. Beispiel, du kommst auf ein Seminar von mir und ich sage dir, ey, ganz ehrlich, du bist so eine Granate, du bist so eine Bombe. Ey, boah, wenn ich dich sehe, du bist ja der geborene Superstar. Findest du vielleicht in dem Moment ganz cool? Der Nachbrenneffekt davon ist ziemlich kurz, ne? Das ist so ähnlich wie ein Käffchen oder wie eine Red Bull, ne? Das hält nicht lange vor, ne? Dann trinkst du lieber einen grünen Tee oder am allerbesten hast du einfach richtig geschlafen, ne? Dann hast du auch mehr Power. Also, um das mal ganz simpel zu sagen. Und viele Leute sind so wie so eine dauerhafte Kaffeemaschine. Die ballern sich permanent extern Motivation und Energie rein und haben das Gefühl, dass sie nur dann auf ein Level kommen, auf dem sie dauerhaft Gas geben können. Sie brauchen immer wieder Leute, die ihnen sagen, jetzt mach weiter, jetzt tu mal, jetzt mach mal und so weiter und hüpfen von Seminar zu Seminar. Intrinsisch bedeutet, du bist intrinsisch motiviert. Du hast etwas, was aus dem Inneren heraus springt, was dir zeigt, ey, cool, das ist meins, ich will das überhaupt, das ist Teil meiner DNA. Dann brauchst du eigentlich gar keine externen Leute, die dir die ganze Zeit sagen, ey, mach mal weiter, tu mal und mach mal. Ja, weil das hast du ja für dich selber erkannt. Ich brauche niemanden, der mir hier, der mich in meiner Tätigkeit motiviert. Brauche ich nicht. Weil ich weiß, dass das das ist, was ich gerne tun möchte. Und wenn ich das weiß, bin ich von mir aus schon motiviert. Wichtig ist aber da auch, seine Motivationspunkte zu kennen und dieses Warum, über das wir eben gesprochen haben, zu verstehen. Viele Menschen gehen hin und sagen, okay, pass mal auf, ich will die Kohle machen, ich will die dicke Kohle machen. Geld ist erstens ganz häufig nur eine Art von Vorwand in der Motivation und gar nicht der zurückliegende eigentliche Grund, warum ich motiviert bin. Ich mache, also klar will ich dicke Kohle haben. Klar, ich habe draußen drei Porsche stehen, ich trage vier Uhren gleichzeitig. Geld ist kein Problem für mich. Wer ist Dagobert Duck? Aber für mich ist Geld ja eigentlich nicht der Antrieb. Ich tue das, was ich tue, nicht wegen Geld. Und zu erkennen und zu verstehen, also auch gerade wenn man selbstständig ist, warum man das tut, ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also, ich habe hier als schönen Spruch vom Team draufstehen, es gibt Leute, die gehen auf 100 Messen für Bauern und Landwirte. Die werden sich trotzdem niemals ein Hausschwein kaufen, weil sie einfach keinen Bock auf ein Hausschwein haben. Und ich gehe ja auch in ein italienisches Restaurant und esse eine leckere Pizza und ich mache mir auch gerne zu Hause mal eine Pizza. Ich möchte aber auch keine Pizzeria aufmachen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man für sich selber manchmal versteht, dass viele Dinge, die wir tun, nicht zwangsläufig auf unser Endziel abzielen. Und es kann auch Dinge geben, die einfach nur mal dafür da sind, kleine Genussinseln zu bilden. Aber was hat Einfluss auf deine Motivation, unabhängig von diesem Faktor, das Warum zu finden? Das ist zum einen dein Körper. Viele Leute haben das Gefühl, das geht mir genauso, ist eine meiner größten Schwierigkeiten, dass der eigene Körper wie so ein dauerhaftes Kraftwerk ist, was die ganze Zeit Energie raushauen kann, die ganze Zeit laufen kann. Guck dir doch mal elektronische Geräte an, die überhitzen, die gehen irgendwann kaputt. Da müssen Teile ausgetauscht werden. Das ist bei uns Mensch relativ schwierig und wir sind schon die beste Maschine, die es überhaupt gibt, weil wir können uns selber reparieren. Das können andere nicht. Also das heißt, der Faktor zu verstehen, dass du auch, wenn du dein Warum gefunden hast, nicht dauerhaft immer motiviert sein kannst, ist krass wichtig und wird dir super weiterhelfen. Der zweite Punkt ist dein eigener Tag, dein Tagesablauf. Dein Tagesablauf wird zwangsläufig unterschiedliche Phasen haben. Du wirst Phasen haben, in denen du einfach aufgrund deiner Biologie mehr Leistung erbringen kannst, motivierter bist, dich vielleicht auch besser fühlst. Es gibt Leute, The Rock, der trainiert um vier Uhr nachts. Also du kannst mich ja mal um vier Uhr nachts wecken und mir eine Hantel hinlegen und sagen, jetzt trainier mal. Da werden wir auf jeden Fall Spaß zusammen haben. Also natürlich gibt es auch Dinge, die man ändern kann, wo man seinen biologischen Rhythmus ein bisschen verstehen muss. Aber achte mal darauf, wo sind deine Energiephasen? Wo hast du Phasen, in denen du wirklich Vollgas geben kannst und Energie geben kannst? Ganz wichtiger Punkt. Das nächste ist dein Umfeld. Jeder von uns bewegt sich in einem bestimmten Umfeld und es gibt förderliche Umfelder und es gibt unförderliche Umfelder. Das heißt, du wirst Leute haben, die in deinem Umfeld dich immer wieder runterziehen. Die dir vielleicht das Gefühl geben, boah, lass das doch lieber, das wäre mir viel zu viel Risiko. Ja, komm, wir machen uns einen schönen gemütlichen Abend auf der Couch. Ich wollte auch, ich wollte gestern Abend ins Fitnessstudio. Ich wollte gestern Abend ins Fitnessstudio und habe gemerkt, mir fehlt die Motivation dafür. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht ins Fitnessstudio gefahren. Ich bin dann hingegangen und habe zehn Minuten Bauch zu Hause trainiert. Immerhin zehn Minuten, weil ich mir gesagt habe, okay, ich habe auf Fitnessstudio keinen Bock. Aber vielleicht gibt es eine kleinere Form, weil oft gibt es etwas zwischen 0 und 100, wo du vielleicht am nächsten Tag heute, ich merke, ich habe Bauchmuskelkater, wo ich denke, geil, ich habe gestern was getan, obwohl ich nicht im Fitnessstudio war. Und das ist auch so ein kleiner Trick, den man für sich selber manchmal heranziehen kann. Wichtig aber, such dir ein Umfeld. Wenn du merkst, all deine Leute in deinem Umfeld ziehen dich runter, sorgen nicht dafür, dass du motiviert bist, dann würde ich hingehen und würde es lassen. Dann würde ich mir versuchen, ein anderes Umfeld zu schaffen. Ein Umfeld zu schaffen, was dich unterstützt. Was dabei zum Beispiel hilfreich sein kann, ist sowas wie so ein Motivationsbuddy zu haben. Einen zu haben, der einen immer wieder rauszieht aus dem Sumpf. Ich versinke im Sumpf und der mir hilft, dort rauszukommen und dem ich aber auch helfe. Wie so ein Agreement, was man unter zwei Leuten gefunden hat oder getroffen hat. Ich will dir noch ein paar Tipps geben. Ein wichtiger Punkt ist, sich zu fokussieren. Zu fokussieren auf das, was du tust, weil du wirst immer ein Motivationsproblem haben, wenn du 30 Sachen gleichzeitig machst, weil 30 Sachen deine Energie erfordern und keine Sache deine ganze Energie kriegt. Und dann wirst du dich nachher eher dafür verurteilen, dass du nicht vorangekommen bist. Was mir zum Beispiel auch hilft, ich bin ja schon ein alter Mann, ist ein Powernap zu machen. Also wirklich mal hinzugehen und zu sagen, okay, ich schlafe mal kurz, 20 Minuten. Kleiner Tipp, so kurz vorm Schlafen noch ein Espresso trinken, weil Kaffee nachweislich vielleicht nochmal so 20 Minuten zu wirken braucht. Dann wirst du wach, hast einerseits ein bisschen geschlafen und auf der anderen Seite fängt dann das Koffein an zu wirken. Dann hast du wie so einen Verstärker deiner eigenen Energie. Ich finde das ganz wichtig. Was mir auch hilft, noch zwei Sachen, ist einmal in die Natur zu gehen, rauszugehen und zu sehen, mal zu atmen und sich bewusst in eine andere Situation zu begeben. Das hilft extrem, hinzugehen und zu sagen, ich ändere gerade mal den Blickwinkel. Ich habe ein Motivationsproblem bei dem, was ich gerade mache, also lasse ich sein. Ich lasse es auch mal bewusst liegen, weil es bringt nichts, sich selber zu verbrennen und dann auch noch schlechte Launen zu kriegen, sondern bewusst mal was anderes zu machen. Und als letztes, sich zu belohnen. Für die kleinen Ziele, nicht immer nur große, für die kleinen Ziele, die du dir gesetzt hast, dich zu belohnen und dir zu sagen, Wahnsinn, das habe ich jetzt geschafft, das habe ich erreicht und als Dank dafür, mache ich jetzt das oder tue das. Finde ich super hilfreich. Mich würde mal interessieren, wie du mit Motivation umgehst. Was machst du, was tust du, was motiviert dich wirklich? Und wie hast du vielleicht in dem Kontext, ganz wichtiger Punkt, auch dein persönliches Warum gefunden? Ich bin total gespannt, welche Infos du mir da gibst. Schreib es in die Kommentare, lass es mich wissen, haus raus. Wenn du dein eigenes Business motiviert weiterführen willst und noch mehr Gas geben willst, dann eine große, große Empfehlung, mach mal unseren Business-Check, der dir hilft, dein Business noch besser und noch erfolgreicher zu machen. Link wirst du wohl finden, dafür gibt es hier noch Kommentare. Hat Spaß gemacht, ich sage bis bald, dein Felix. Ciao, ciao. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig, gar keiner klickt auf Kanal abonnieren. Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.